pcs adventsbreak wir notieren den dritten dezember das türchen ist offen und wir widmen uns heute eine box 2014 2015 flir ultra flir ultra also heute dritter dezember das produkt ich sehe auch ein bescheidenes live publikum herzlich willkommen wolfie zum heutigen break der ja dann auch wieder über youtube und im forum nachgecheckt werden kann alles klar nur 15 minuten dann verlieren wir keine zeit und dann gleich zum random über die teilnehmer dreimal durch den randomizer hier wie go damit alles seine richtigkeit hat three times wir haben auf eins ueli zwei der kleine mike drei pierre vier martin dann auf fünf michel sechs rolli sieben reto acht haben wir monse robert neun mimo neun andreas zehn jochen 11 dmc 12 wolfie 13 reto 14 rooster jens 15 ueli 16 und 17 pcs 18 christoph 19 jochen und 20 und 20 doktorero peter auf 21 haben wir matthias sv elversberg auf 22 wolfie auf 23 andu auf 24 pierre auf 25 michel 26 christoph 27 rolli 28 pcs 29 der nhl collector und 30 rooster wir gehen gleich zu den teams einmal zweimal und das dritte mal here we go randomized randomized three times wir haben auf eins ueli mit st louis 2 Mike mit Ottawa, 3 Pierre mit den Rangers, dann 4 Martinho Carolina, 5 Michel Arizona, 6 Rolly Vancouver, 7 Reto mit Calgary, 8 Montse mit Anaheim, 9 Mimo mit Florida und 10 Jochen mit Nashville. 11 D-Mac Edmonton, 12 Wolfie Dallas, 13 Reto San Jose, 14 Rooster LA, 15 Ueli Tempa, 16 PCAS Detroit, 17 PCAS Winnipeg, 18 Christoph Boston, 19 Jochen Toronto, 20 Doctorero mit den Devils, 21 Matthias Colorado, 22 Wolfie Minnesota, 23 Andu Chicago, 24 Pierre Pittsburgh, 25 Michelle Buffalo, 26 Christoph Philadelphia, 27 Rolli mit den Blue Jackets, 28 PCAS die Islanders, 29 der NHL Collector mit Washington 20 und 30 Rooster Montreal. So, und jetzt hoffen wir, dass es für Wolfie auch noch für ein paar Packs reicht. 3. Dezember, Adventsbreak. 1 Re 언etik, heute mit eine Box, FLEAR ULTRA. Here we go. FLEAR ULTRA, Ohne Bonus Pack, wir starten, der Bub kann ja mitschauen, gibt ja einen zukünftigen Sammler. Wir haben in Pack Nummer 1 eine Gold Medaillon Parallel für die New Jersey Devils Jaromir Jager. Okay, alles klar Wolfi. Und eine Fleer Ultra Rookie Card für die Tampa Bay Lightning Vladislav Namestnikov. Wir haben eine Gong Show Grinders für die Anaheim Ducks. Patrick Marino. Gong Show Grinders für die Anaheim Ducks. Patrick Marino. Fleer Ultra Rookie Card für die Arizona Coyotes Mark Visentin. Und eine Platinum Medaillon Parallel Nummer 92 von 99 für die Boston Bruins Patrice Bergeron. Wir haben eine Photovold Insert für die Toronto Maple Leafs. Felix the Cat. Felix Bodwin. Fotowold. Felix Bodwin. Wie lief sind bei Jochen. Gold Medaillon Parallel für die Montreal Canadiens David D'Arne. Wir haben eine Gold Medaillon Parallel für die Minnesota Wild Zach Parisi. Wir haben eine Rookie Redemption Nummer 16. Wir haben eine Gold Medaillon Parallel für die Philadelphia Flyers Andrew MacDonald. We haben eine Gold Medaillon Parallel für die Edmonton Oilers Oscar Clefbomb. Oscar Clefbomb. Wir haben eine Road to the Championship Conference Finals Insert für die Chicago Blackhawks. Duncan Keith. Duncan Keith. Duncan Keith. Hawks. Gold Medaillon Parallel für die New York Islanders Kyle Okposo. Wir haben eine Buckets Insert für die Toronto Maple Leafs Phil Kessel. Buckets Fill Kessel. Buckets Fill Kessel. Für die Leaves. Wir haben eine Gold Medaillon Parallel für die Florida Panthers Jonathan Huberdo. Buckets Insert für die Arizona Coyotes Shane Doan. Wir haben eine Fleer Ultra Rookie Card für die Chicago Blackhawks. Deivo. 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 Und eine Gold Medaillon Parallel für die St. Louis Blues Alex Pietrangelo. Wir haben eine weitere Rookie Redemption. Gold Medaillon Nummer 3. We haben eine Gold Medaillon Parallel für die St. Louis Blues TJ Oshie. Und last but not least. Eine Red Light Views. Es gibt tatsächlich eine Random zwischen den New York Rangers und den Montreal Canadiens. Red Light Views. Here we go. Boys and Girls Children of All Ages. Wir starten mit dem Random der Red Light Views Karte. Drie Mal. Drie Mal. Drie Mal. Drie mal. Zwei Mal. Drie Mal. And the winner is. der habs montreal canadians red light views und noch zu den rookie redemptions also Set Checklist Rookie Redemptions, wir haben mit Nummer 16 Stuart Percy, Toronto Maple Leafs Und wir haben Goldmedaillon Nummer 3 Sam Reinhardt Buffalo Sabres Here we go, thank you very much Ich bedanke mich fürs Zusehen Wünsche allen schönen Abend, bis morgen Wenn es wieder heisst, PTS Adventskalender Break 2015 Have a good night, bis morgen Tschüss zusammen